Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir auf 15 Fußballer, die 2024 verschwunden sind. Wo sind sie hin? Man fragt sich, wo sie sind. Wir werden es heute sehen. Lasst ein Like da. Versuchen, 1000 Likes rauszuschepern. Lasst ein Abo da. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu 200.000 Abos hier auf dem Zweitkanal. Let's go! Von einem Spieler, den kein Verein haben will, zu einem anderen, von dem niemand weiß, wo er ist. Hier sind die 15 Fußballspieler, die im Jahr 2024 verschwunden sind. Gehen wir mit der größten Fußballenttäuschung der letzten Jahre, Neymar. In der letzten Saison war er kaum auf dem Spielfeld zu sehen, oder? Nach seinen endlosen Verletzungen verbrachte er mehr Zeit auf der Krankenstation als auf dem Spielfeld. Wisst ihr, was das Lustige ist? Neymar hat trotzdem ein höheres Rating in FIFA bekommen als Cristiano Ronaldo. Obwohl er gefühlt nicht mal ein Spiel gemacht hat im ganzen Jahr. Das ist so crazy. Ich check das gar nicht, warum die Cristiano Ronaldo so haten. Der macht in der Saudi-League immer noch so viele Tore und kriegt trotzdem die ganze Zeit Downgrades. PSG war sogar den größten Teil der Saison 2022-2023 verletzt. Dieser Mann konnte nicht einmal an den wichtigsten Spielen teilnehmen. Das führte zu einer großen Lücke für Paris und verärgerte die PSG-Fans sehr. Und dann, ganz plötzlich, im Jahr 2023, verließ er Europa und wechselte zu Al-Hilal in Saudi-Arabien. Viele waren überrascht, da er zuvor kaum in Form war. Und dennoch gaben sie ihm einen völlig überteuerten Vertrag. Trotz all seiner Verletzungen hat er es immerhin geschafft, bereits fünf Trophäen zu gewinnen. Darunter eine gegen Cristiano Ronaldo im Finale. Das ist schon ein bisschen verrückt. Jetzt wissen wir auch, warum Cristiano Ronaldo einen Downgrade willkommen hat. Der Typ ist ein bisschen wie ein Geist und hat ihn im letzten Jahr kaum gesehen, aber er ist immer noch da und holt einen Titel nach dem anderen. Lass uns nun über seinen ehemaligen Teamkollegen bei PSG sprechen. Marco Ferrati. Wenn sich viele Spieler dazu entschließen, ihre Karriere bei dem Verein ihrer Kindheit zu beenden, schlug Marco Ferrati eine andere Richtung ein. Anstatt nach Italien zurückzukehren, wählte er den Weg nach Katar. Für einen Spieler wie ihn war das etwas überraschend, vor allem da er erst 30 Jahre alt war. Aber hey, Geld regiert die Welt. Ferrati bleibt eine Legende bei PSG. Er kam 2012 im Alter von... Bro, das Ding ist, Paris zahlt ja schon viel, ne? Paris ist ja schon so ein Money-Glitch. Viele wechseln ja schon zu Paris, weil die da richtig viel Kohle verdienen. Und dann, wenn du von Paris, wo du schon richtig viel Kohle verdienst, mehr als wahrscheinlich überall woanders, mehr als bei Real Madrid, mehr als bei Barcelona wahrscheinlich sogar, dann noch in die Saudi-League wechselst. Das ist echt der aller, aller echte Saudi-Deal, Digga. Die schließen die Deals so ab mit Schnipsen. Von 19 Jahren nach Paris und dominierte das Pariser Mittelfeld schnell mit seiner Vision und Spielpräzision. Im September 2023 unterzeichnete er einen Drei-Jahres-Vertrag bei Al-Arabi für 45 Millionen Euro. Er entschied sich zweifellos für die finanzielle Ruhe. Kurzum, auch fernab von Europa ist er immer noch eine große Ikone für die Italiener. Während Ferrati sich dafür entschied, Europa zu verlassen, um dem Geld nach Katar zu folgen, wollte der nächste Spieler verzweifelt weiter auf höchstem Niveau in Europa spielen, aber man ließ ihn nicht. Paul Pogba, einst Goldjunge und Weltmeister, wurde als einer der besten Spieler der Welt angesehen. Er hatte das Potenzial, eine echte Legende zu werden, wenn er das wollte, aber leider war nichts davon möglich. Nachdem er in seiner Anfangszeit bei Juventus geglänzt hatte, unterschrieb er 2016 bei Manchester United, wo er eine Enttäuschung nach der anderen erlebte, was vor allem auf seine Unregelmäßigkeit, seine Verletzungen und seinen Lebensstil zurückzuführen. Und jetzt wurde er einfach noch gebannt für Doping oder so, ne? Erzähl mal dazu was. Im Jahr 2022 kehrte Pogba zu Juventus zurück und versuchte seine Karriere in einem ihm vertrauten Umfeld wieder in Gang zu bringen. Doch leider traten die Verletzungen erneut auf und das Schlimmste war, dass er nach einem positiven Doping-Test für vier Jahre vom Fußball gesperrt wurde. Wir werden Pogba also bis August 2027 nicht wieder Fußball spielen sehen. Es sei denn, es gibt eine Überraschung. Vielleicht... Und diese Überraschung gab es jetzt. ...werden wir ihn nie wieder auf einem Fußballfeld sehen. Nummer vier. Denn Pogba wurde wieder freigegeben. Ich glaube, nächstes Jahr, also 2025, darf er wieder Profifußball spielen. Und wir werden ihn wahrscheinlich wieder sehen. Ich hoffe, ohne Verletzung, weil er ist eigentlich ein sehr geiler Spieler. Arturo Vidal. Vidal war ein Monster. Er machte sich zuerst bei Juventus einen Namen, zu denen er 2011 wechselte. Jeder kannte ihn für seinen aggressiven Stil, aber gleichzeitig schoss er auch viele Tore. Seine Leistungen in Italien machten ihn zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt. Nachdem er in Italien geglänzt hatte, setzte Vidal seinen Aufstieg fort und unterschrieb bei Bayern München und später bei Barca. Im Jahr 2023 wechselte er nach einem Abstecher bei Flamengo zu Atletico Paranaense. Leider durfte er aufgrund einer schweren Verletzung fast vier Monate lang nicht mehr aufs Spielfeld. Heute ist er jedoch wieder bei Colo Colo, dem Verein, bei dem er vor 17 Jahren... Was für ein Flex, Digga. Er wird da mit Helikopter vorgestellt. Er wird mit Helikopter ins Stadion geflogen und dann vorgestellt. Was für ein Flex. ...dann seine Karriere begonnen hatte. Vidal's Karriere ist beeindruckend. Er hat in den größten europäischen Vereinen wie Juventus, Bayern... Bro, er kommt mit Fährt zur Spielervorstellung. ...an Barca und so weiter gespielt. Doch dieser nächste Spieler hat eine völlig entgegengesetzte Laufbahn eingeschlagen. Der Brasilianer Oscar. Das brasilianische Talent, das sich buchstäblich dafür entschieden hat, komplett aus dem Radar des europäischen Fußballs zu verschwinden, um dem Geld hinterher zu jagen. Und er tat dies, ohne einen Augenblick zu zögern. Mit 25 Jahren war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei Chelsea. Ein Schlüsselspieler in einem der besten Vereine der Welt. Und plötzlich überrumpelte er 2017 alle mit seinem Wechsel nach China. Damals war ein Umzug nach Asien noch nicht so angesagt wie heute. Was seinen Abgang umso überraschender machte. Mit 25 am Peak seiner Karriere, ne? Das ist hart, Bro. Am Peak ist hart. Und seien wir ehrlich, er tat es nicht aus Liebe zum chinesischen Fußball. Ne. Sondern vielmehr wegen des horrenden Gehalts von 25 Millionen Euro pro Jahr. Ja, okay, aber 25 Millionen Euro pro Jahr, Bro. Mach das ein Jahr, du bist durch. Mach das drei Jahre, das 75 Millionen Euro. Bro, deine nächsten Generationen. Die Generationen der nächsten Generationen sind durch, wenn die schlau sind. ...transfer nach Asien und machte ihn zu einem der bestbezahltesten Spieler der Welt. Folglich verließ er das europäische Rampenlicht, um dafür zu sorgen, dass es seiner Familie an nichts fehlt. Und selbst wenn du seine Entscheidung nicht respektierst, kannst du dir sicher sein, dass seine Familie es tut. Das Verrückte daran ist, dass Oskar dem europäischen Fußball derartig entflohen ist, dass man meinen könnte, er sei jetzt alt. Aber nein, er ist in Wirklichkeit jünger als Kevin De Bruyne und er ist 33 Jahre alt. Was darauf hindeutet, dass er noch jahrelang in Europa hätte glänzen können. Letztendlich hat er sich für die finanzielle Sicherheit entschieden und nicht für Titel und eine Karriere in Europa. Ja, die Frage ist, was hätte man selbst gemacht, ne? Ich sage immer, von außen betrachtet ist es einfach zu sagen, Bro, du verdienst doch schon so viel. Bro, geh doch lieber auf eine gute Karriere. Bro, versuch doch Champions League zu gewinnen, hier Liga zu gewinnen, da Pokal zu gewinnen, vielleicht sogar EM, WM zu gewinnen. Aber am Ende des Tages werden dir irgendwie so 100 Millionen geboten werden, Bro. Und du bist 25 und weißt, danach hast du nie wieder Druck. Du bist für immer durch, dein Kopf kann abschalten, du weißt, ausgesorgt für immer und ewig. Schwer, Bro, schwer, Bro. Aber wenn wir schon von Brasilien sprechen, wer erinnert sich nicht an Felipe Coutinho? Niemand. Vor allem so viele Fußballer, die so gerade so im Durchbruch sind, die so irgendwie mal spielen, mal auf der Bank sind. Wenn die so ein Angebot bekommen, ich kann sogar komplett nachvollziehen, wenn die das annehmen, ne? Ich kann es komplett nachvollziehen, weil die haben so viel Druck, die haben so viel Leistungsdruck, so viel mit dem Kopf auch zu tun. Werde ich es schaffen? Werde ich es nicht schaffen? Werde ich überhaupt in meiner kurzen Karriere jetzt, die ich jetzt habe, aussorgen? Oder ist nächstes Jahr niemand mehr an mir interessiert? Und dann habe ich keine Ausbildung, kein Studium. Bin gefühlt, nur wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so einfach alles. Da zählen immer viele Punkte mit rein. Meisten Fußballfans werden diesen Namen nicht so leicht vergessen. Besonders, weil er in Liverpool gespielt hat. Coutinho kam 2013 zum Verein und wurde direkt zu einem der besten Spieler des Teams. Er legt ein Wahnsinns-Dribbling nach dem anderen hin, spielt millimetergenaue Pässe und versenkt Fernschüsse, die alle sprachlos machen. Kein Wunder, dass die Fans in Anfield ihn vergötterten. Offen gesagt, gehörte er damals zu den besten Mittelfeldspielern der Premier League. Im Januar 2018 wechselte Coutinho für eine ungeheure Summe nach Barcelona, was seiner Karriere einem enormen Schub verleihen sollte. Doch die Dinge liefen nicht wie geplant. Er erreichte nie das Niveau, das er in Liverpool hatte. Seitdem folgten Leihgeschäfte und Transfers, darunter auch die Rückkehr in die Premier League mit Aston Villa. 2023 ging er nach Katar und vor kurzem kehrte er zu Vasco da Gama, seinem Heimatverein, zurück. Aber was ist mit diesem Spieler, der die Lücke füllen sollte, die Xavi in Barcelona hinterlassen hatte? André Gomesch war ein riesiges Talent, das sich bei... Bro, aber Xavis Lücke zu füllen ist auch nicht einfach, ne? Aber als Coutinho hätte man denken können, dass er es schafft. ...der Barca nie wirklich durchsetzen konnte. Seine Zeit in Spanien war schwierig. Zwischen mangelndem Vertrauen und ständiger Kritik wechselte er zu Everton. Das sollte ein Neuanfang sein, aber leider wurde er auch von einer schrecklichen Knöchelverletzung im Jahr 2019 gebremst, die alles veränderte. Auch wenn er es schaffte, wieder auf dem Platz zurückzukehren, erreichte er nie wieder seine frühere Form. Also ließ ihn Everton im Sommer gehen und er war eine Zeit lang vereinslos, bevor Lille ihn im letzten Moment rettete. Die Nummer 8 Guck, auch wenn du viel Geld verdienst, reich bist, Fußballprofi bist, kannst du in Depressionen verfallen. Irgendwie Schlaftabletten süchtig werden, das krass. Vielleicht hat er so Schlafprobleme oder so, ne? Das ist heftig. Daran sieht man immer, Freunde, Geld ist wirklich nicht alles, ne? Also ich bin glücklich, dass ich so gut verdiene. Und ich sage auch, dieses Geld, das ermöglicht mir sehr viel und macht mich zum Teil auch glücklicher, bin ich ehrlich. Aber das ist halt nicht alles so. Ich sage euch ehrlich, so Freunde, Familie, das gibt einen noch viel mehr so irgendwie. Ich weiß nicht. Nach Dalli Allis suchst, weißt du jetzt, wo du ihn finden kannst? Aber Geld ist trotzdem geil. Aber was ist mit Douglas Costa? Vor einigen Jahren war der Brasilianer einer der beliebtesten und stärksten Flügelspieler in Europa. Er war ein begnadeter Dribbler und zu seiner Zeit bei Juventus und Bayern München ein echter Leckerbissen. Doch seit er 2021 Europa verlassen hatte, scheint er von der Bildfläche verschwunden zu sein. Er wird nicht mehr in die brasilianische Nationalmannschaft berufen und macht nicht einmal mehr von sich reden, weder im Guten noch im Schlechten. 2022 wechselte er zur Los Angeles Galaxy in den USA. Aber 2023 verließ er die MLS, um nach Brasilien zurückzukehren. Und diesen Sommer unterschrieb er beim Sydney FC in Australien. Australien? Jetzt weißt du also, wo du ihn finden kannst. Nummer 10, Diego Costa. Ah, Diego Costa. Ein echter Bulldozer auf dem Platz. Erinnerst du dich noch an seine Kämpfe mit Pepe und Ramos bei den Derbys in Madrid? Er war ein echter Wahnsinniger. Aber er war auch eine richtige Torschussmaschine. Körperlich und aggressiv, kurzum ein Stürmer, gegen den niemand gerne spielt. Bei Atletico Madrid ist er unter Diego Simeone richtig aufgeblüht. 2014 verhalf er dem Verein zum Sieg in La Liga und zum Erreichen des Finales der Champions League, was zu der Zeit eine große Sache war. Danach wechselte er zum FC Chelsea, wo er weiterhin erfolgreich war. Costa gewann zwei Premier League Titel 2015 und 2017. An der Stamford Bridge war er oft entscheidend und die Chelsea-Fans mochten seine Krieger-Mentalität. Ganz ehrlich, in großen Spielen konntest du dich auf ihn verlassen. Vor allem, wenn ein Kampf zwischen den Spielern ausbrach. Später im Jahr 2023 wechselte Diego Costa jedoch zu Gremio in Brasilien. Auch wenn er älter geworden ist, ist er immer noch ein gefürchteter Spieler und seine Erfahrung ist eine echte Bereicherung Gremio hat immer voll die coolen Trikots, finde ich. ... für diese historische Mannschaft aus Porto Alegre. Nummer 11, Anthony Martial. Man kann wohl zu Recht sagen, dass Anthony Martial... Digger, ich sag euch ehrlich, so viele Spieler, die zu Manchester United wechseln, Fell-Offs, sind am Ende des Tages Fell-Offs. Man, you zerstört so viele Karrieren in meinen Augen, ich check's nicht. ... als Start im Old Trafford nicht wie erwartet verlief, aber oft verletzt und hatte Schwierigkeiten, sich bei Manchester United als effektiv zu erweisen. Angesichts seiner Fitnessprobleme und seiner oft enttäuschenden Leistungen ist es nicht verwunderlich, dass United seinen Vertrag nicht verlängert hat. Derzeit ist Martial erst 28 Jahre alt und kein Verein will ihn haben. Es ist wirklich schade, dass ein Spieler mit nur 28 Jahren ohne Verein bleibt. Aber anscheinend gibt es Gerüchte, dass AEK Athen interessiert sein soll. Es bleibt abzuwarten, ob Martial ebenfalls interessiert wird. Während Martial mit 28 Jahren ohne Verein dasteht, hat sein Teamkollege einen unerwarteten Weg gewählt, um seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Kannst du erraten, wer? Erinnerst du dich noch an Donny van de Beek? Dieser Spieler, der mit der talentierten jungen Mannschaft von Ajax im Jahr 2019 explodierte, vor allem in der Champions League? Nun, jetzt scheint er von der Bildfläche verschwunden zu sein. Nachdem er 2020 zu Manchester United kam, dachte jeder, dass er einen Hit landen würde. Aber zwischen mangelnder Spielzeit und einer schweren Knieverletzung im Jahr 2023 Uh, wie sieht sein Knie aus, Junge? Oh, schnell weitermachen. Seitdem geht es nur noch bergab. Er hat es nie geschafft, sein Niveau wieder zu erreichen. Nach vier Jahren, in denen er bei Manchester United meist auf der Bank saß, verliert Donny England und unterschrieb in Girona bis 2028. Nun ja, vielleicht hat er eine Chance, in Spanien wieder Fuß zu fassen. Das ist etwas schade für ihn, denn ein paar Jahre zuvor waren Barca und Real sehr interessiert daran, ihn unter Vertrag zu nehmen. Aber das ist seine Schuld. Der nächste Spieler hingegen ist eine zeige Verschwendung. Wir erinnern uns an eine der größten Hoffnungen des brasilianischen Fußballs, die die Erwartungen nie erfüllt hat. Die Rede ist von Alexandre Pato, der im Alter von... Digga, wie habe ich ihn erkannt? Wie habe ich Alexandre Pato gerade erkannt? ...17 Jahren Pelés Rekord brach und zum jüngsten Spieler wurde, der bei einem internationalen FIFA-Wettbewerb ein Tor erzielte. Jeder war davon überzeugt, dass er das neue brasilianische Licht der Welt werden würde. Aber wie viele andere Talente machten ihm Verletzungen beim AC Mailand einen Strich durch die Rechnung. Danach wechselte er für kurze Zeit zu Chelsea, wo er versuchte, seine Karriere wieder in Gang zu bringen, was jedoch nicht funktionierte. Daraufhin verschwand er allmählich. Er ging nach China, in die USA und nach Brasilien. Er hat nie wieder einen Fuß nach Europa gelegt. Alle gehen auf einmal nach China immer, ne? Und dann in die USA. Ob du es glaubst oder nicht, Pato ist erst 35 Jahre alt und jedes Mal, wenn man über ihn spricht, könnte man meinen, er sei ein Spieler, der in den 90er Jahren gespielt hat, da er so lange Zeit vom europäischen Fußball abgeschnitten ist. Nummer 14 Dimitri Payet, der, als er 2015 bei West Ham unterschrieb, direkt zum Liebling der Fans wurde. Mit seinen verrückten Dribblings und unglaublichen Freistößen konnte er ein Spiel in einer Sekunde umdrehen. Seine Saison 2015, 2016 war enorm. Er wurde sogar in die Stammelf der Premier League gerufen. In der letzten Saison war er jedoch vom Radar verschwunden und die Leute begannen sich zu fragen, wo er geblieben war. Tatsächlich hatte er Europa verlassen und heute spielt Payet in Brasilien, zusammen mit Coutinho bei Vasco de Gama. Er hat 2023 einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nun, jeder sollte zustimmen, dass das letzte Mal, dass wir Varane Fußballspielen gesehen haben, vor ein paar Monaten bei Manchester United war, oder? Aber in der letzten Saison hat er wirklich sehr wenig gespielt und war fast immer verletzt. Er hat mittlerweile ein 82er-Rating in FIFA und ist nicht mehr spielbar. Das war immer so eine Starterkarte, die konntest du jedes Jahr easy zocken und die war jedes Jahr richtig viel wert. Der Start in Manchester war vielversprechend, aber die Verletzungen haben ihn ausgebremst. Trotzdem war eine Stütze in der Abwehr, beruhigend und solide. Er machte kaum Fehler und war immer da, wenn er gebraucht wurde. Körperliche Probleme machten ihm zu schaffen und sein Abenteuer in der Premier League endete schneller als erwartet. Doch anstatt es dabei zu belassen, nahm Raphael Varane eine unerwartete Wendung. Como, der neue Serie A-Verein unter der Leitung von Jesk Fabregas unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag mit ihm. Doch nach nur einem Spiel, das Spiel, bei dem er verletzt wurde, gab Varane vor einigen Tagen seinen Rücktritt bekannt. Heftig, heftig, heftig. Freunde, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Dankeschön für alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao.